Ein Priester kommt in den Himmel. Nach der Ankunft serviert Petrus ihm sein Essen, belegte Brote. Beim Essen blickt er hinab in die Hölle. Dort gibt es Schweinebraten und Rotkraut. Am zweiten Abend setzt ihm Petrus wieder ein Wurstbrot vor. Erneut kaut er auf diesen und schaut dabei in die Hölle. Dort lässt man sich Hummer schmengen. Auch am dritten Abend bringt ihm Petrus ein Wurstbrot. Genervt und frustriert schaut er erneut in die Hölle und sieht dort ein köstliches Buffet. Da fragt er Petrus, hier muss ein Fehler vorliegen. Die in der Hölle haben jeden Abend ein Festmahl und ich bekomme nur belegte Brote? antwortet Petrus, du erwartest doch nicht, dass ich für eine Person hier oben auch noch warm koche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.